Kräfte des Rettungsdienstes wurden zu einer Einsatzstelle gerufen, weil zwei spielende Kinder aus dem Fenster gefallen sind und auf dem Fußgängerweg aufgeschlagen sind. Also wir hatten zwei Rettungswagen, zwei Notarztwagen und letztendlich zum Abtransport noch zwei Hubschrauber im Einsatz. Was man zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann ist, die Kinder sind sehr schwer verletzt und in unterschiedliche Spezialkliniken gebracht. Für die Eltern haben wir einen Notfallnachsorgedienst organisiert. Die sind entsprechend aufgeregt und werden psychologisch betreut.